Das ist eine Warnung, der Bitcoin-Preis befindet sich aktuell bei knapp 58.000 Dollar pro Bitcoin und ich bin jetzt nicht bärisch und glaube, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden, aber das musst du jetzt in Bezug zu Bitcoin wissen. Und bevor wir damit starten, was hat das Orakel von Omaha gesagt, beziehungsweise das Orakel hat jetzt gesprochen, Warren Buffett hat die Lösung für die Schuldenprobleme in den USA gefunden. In einem Interview hat nämlich Warren Buffett über langjährige Probleme, die sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, gesprochen, und das sind die Schuldenprobleme, die in den USA aktuell ein heiß diskutiertes Thema sind. Die Schuldenobergrenze ist ja auch ein Thema in Deutschland und er bemerkte, dass bisher weder ein Kongress noch ein Präsident reif genug gewesen waren, diese Probleme anzugehen. Und Buffett erklärte selbstbewusst in dem Interview, dass er das Defizit der USA in fünf Minuten beenden könnte. Sein Vorschlag ist nämlich, ein Gesetz zu verabschieden, das besagt, dass jedes Mal, wenn das Defizit mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes beträgt, alle amtierenden Mitglieder des Kongresses von einer Wiederwahl ausgeschlossen werden. Das ist die Lösung von Warren Buffett. Und Warren Buffett glaubt, dass das die Anreize an der richtigen Stelle setzen würde. Er betonte sogar, dass diese Lösung machbar sei. Und sein Plan ist es, die Leute auszutauschen, die das Problem mit den Schulden nicht in den Griff bekommen. Und er sagt es, wenn ihr es nicht schafft, werden wir andere Leute holen, die es erledigen. Hört euch das mal an, was er gesagt hat. No, diese Problems are Problems that have built up over Decades, and there hasn't been a Congress that's been mature enough, or a President that's been mature enough to take this head off. I could end the Deficit in five minutes. You just pass a law that says that anytime there's a Deficit of more than 3% of GDP, all sitting members of Congress are ineligible for re-election. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Die Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika ist eine private Organisation, die 1913 von einigen Bankerfamilien gegründet worden ist. Was soll der Austausch von Politikern denn genau jetzt bringen, lieber Warren Buffett? Und die Lösung von Warren Buffett ist natürlich das Gesetz zu verabschieden, das besagt, dass jedes Mal, wenn es ein Defizit von mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes gibt, alle Mitglieder des Kongresses nicht mehr zur Wiederwahl zugelassen werden. Nochmal, der Kongress arbeitet für wen genau? Die Zentralbank und nicht umgekehrt. Im Grunde genommen sehen wir wieder mal eine Lüge für die Massen. So als würden die davon ausgehen, dass die Menschen nicht intelligent sind. Apropos Intelligenz. Lassen Sie jetzt über Deutschland sprechen, beziehungsweise das Fehlen davon. Schon die Saudis machen sich jetzt lustig über Deutschland, beziehungsweise den Verkauf der Bitcoin durch den deutschen Staat. Bad idea alert. Germany is selling Bitcoin. That trading strategy? Trash! What are you doing? How can you be so stupid? You can be so poor. You're selling the bottom like a dummy. But that's okay. I'm gonna take my levers too, all the way to the right. Highest levers. I keep buying Bitcoin. Thanks Germany. Tummy dummy Germany. Talk about a bad idea. You have a couple of those. This is top two bad ideas. So stupid. Stupid. That's Germany. Trashcam Germany. But I believe it. Ich kann es absolut nicht verstehen, wie kann man so fehlgeleitet handeln. Deutschland hat Bitcoins im Wert von 1,35 Milliarden Dollar an Börsen wie Kraken, Bitstamp und Coinbase geschickt. Der Markt hat jetzt über 16.000 Bitcoin absorbiert, was ziemlich beeindruckend ist. Und ich denke, dass er zeigt, dass die Leute nach Stärke im Markt suchen. Das sind eine Menge Bitcoin, die von einem Land verkauft wurden und leicht aufgekauft wurden. Schaut euch einfach mal an, wie viel verkauft worden ist. Und der Bitcoin-Preis ist im Grunde genommen nicht so wirklich drastisch gefallen. Obwohl konstant verkauft wird. Deutschland verkauft Bitcoin am Boden. Für jeden Quark wird Geld ausgegeben. Radwege in Peru, Hühnerställe in China. Aber etwas für das Land und die Zukunft der Menschen hier zu machen, bekommen sie einfach nicht gebacken. El Salvador 2020. Bitcoin ist gesetzliches Zahlungsmittel. Die USA in 2024. Jeder Bitcoin sollte in den USA hergestellt werden. Oder China 2024. Lasst uns Bitcoin jetzt kaufen. Und das passiert alles, während Deutschland die Bitcoin, die sie bekommen haben, verkauft. Und zusätzlich kauft BlackRock weiter Bitcoin. Sie haben weiter 2100 Bitcoin gekauft. Und du denkst vielleicht, dass das sehr positiv ist, oder? Langfristig ist das sehr positiv. Definitiv. Aber momentan steigt das offene Interesse weiter. Schau dir dazu diese Grafik hier an. Leute, diese Long-Positionen. Leute, diese Hebel-Positionen. Ich kann es kaum erwarten, dass sie vom Bitcoin-Markt verschwinden. Dass sie liquidiert werden, diese Long-Positionen. Und das wird passieren. Und das heißt, dass der Bitcoin-Preis nochmal etwas fallen könnte. Eines ist Fakt. Hört auf, euch in Hebelgeschäfte zu stürzen. Diese Grafik zeigt im Grunde genommen, dass immer mehr Hebel ins System gebracht werden. Und der Anstieg des offenen Interesses ist jetzt höher als damals, als wir bei einem Bitcoin-Preis von 65.000 Dollar pro Bitcoin waren. Schaut euch das dazu nochmal an. Der Bitcoin-Chart 2019 bzw. gegenüber 2024. Wir hatten 260 Tage eine Seitwärtsbewegung. Dann folgte ein Einbruch im März 2020, der es sich wohl wahrscheinlich nicht wiederholen wird. Und jetzt sind wir 110 Tage, etwas über 110 Tage in einer ähnlichen Phase. Geduld ist im Grunde genommen jetzt gefragt, da Institutionen den Markt beeinflussen. Sie wollen günstig Bitcoin kaufen. Das heißt, in der Vergangenheit sind wir 261 Tage seitwärts gelaufen, wie wir das 2019, 2020 sehen konnten. Das könnte jetzt auch ebenfalls wieder passieren. Wir sind jetzt vier Monate und zehn Tage ungefähr in dieser Phase. Mein Rat an euch ist, Geduld zu haben. Versucht nicht, schnelle Gewinne zu machen, indem ihr bei 59.000 oder 60.000 Dollar pro Bitcoin kauft und dann einen Hebel eingeht. Das heißt, wenn ihr in diesem Markt klug agieren wollt, seid geduldig. Und wenn ihr bzw. du wissen willst, worauf du achten sollst, Krypto lernen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Dort erfährst du, in welche Kryptowährungen ich investiere. Und kannst auch, wenn vorhanden, natürlich in Krypto-Vorverkäufe mit investieren. Und auch wenn wir jetzt diese Phase sehen, wo viele negativ sind, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich wieder unglaubliche Gewinne erzielen und Gewinne sehen. Der Markt wird völlig verrückt spielen. 2017 und 2018 haben wir es ebenfalls gesehen und auch im letzten Bullenmarkt. Seid euch bewusst, dass auf uns verrückte Gewinne zukommen werden. Wir müssen nur geduldig sein und nicht emotional werden, wenn der Preis mal um 20%, 30% fällt. Es lohnt sich einfach nicht, jetzt emotional zu werden. Und wenn ihr konservativ spielen möchtet, dann investiert in Bitcoin und vielleicht noch Ethereum und lernt ebenfalls, in welche anderen strategisch guten Altcoins ihr investieren könnt. In welche Narrative ihr investieren könnt, beziehungsweise welche Narrative aktuell sehr gefragt sind. KI beispielsweise wird in diesem Bullenmarkt eine sehr große Rolle spielen. Meme-Coins, wie wir das konstant sehen, echte Vermögenswerte, also Real World Assets. Denkt daran und vergesst es nicht, es kann noch einmal ungemütlich werden, bevor es wieder besser wird. Also heißt das, wir uns Geduld haben und emotional uns nicht beeinflussen lassen. Und macht es nicht wie Deutschland. Verkauft eure Bitcoin nicht. Auch wenn wir jetzt gerade die Panik im Markt sehen, die Stimmung im Markt relativ negativ ist oder sehr negativ ist. Nichtsdestotrotz verkauft nicht die Bitcoin. Es werden wieder bessere Zeiten kommen und die Leute, die jetzt verkaufen, werden später dann dran denken, wenn der Bitcoin-Preis bei 100.000 Dollar pro Bitcoin ist, die werden sich dann ärgern. Sei nicht diese Person, habe emotionale Reife, habe Geduld. Denkt daran, die Informationen, die da draußen vorhanden sind, in den Mainstream-Medien vorhanden sind, die sind nicht dafür da, dich zu informieren, die sind dafür da, dich in eine gewisse Richtung zu lenken. Bei dir Emotionen auszulösen, die du fühlen sollst. Und dadurch, du dann eine Reaktion haben sollst, und das sehen wir im Bereich Kryptowährungen und auch in anderen Bereichen. Daher ist es so wichtig, Geduld zu haben, alles distanziert zu betrachten, deine Bitcoin nicht zu verkaufen, wenn du auf der anderen Seite siehst, dass BlackRock ständig Bitcoin kauft. BlackRock und Co. kaufen Bitcoin, nur die Intelligenzbestien aus Deutschland verkaufen die Bitcoin. Also sei nicht wie Deutschland, sei nicht wie der deutsche Staat, sei nicht wie die deutschen Politiker. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und ich danke dir, dass du das Video angeschaut hast. Gib dem Video einen Daumen hoch, teile das Video, damit mehr Menschen die Inhalte sehen. 7. Vielen Dank.